Halle auf historischen Pfaden. Zehnmal in Folge zuletzt ungeschlagen. Elf Spiele ohne Niederlage wären neuer Vereinsrekord in Liga 3. Eine Partie auf Augenhöhe in Durchgang 1. Die 27. Minute. Simakala mit der Führung für Osnabrück. Sein 15. Saisontor wunderschön herausgespielt. Halle kommt nicht in die Zweikämpfe. 0 zu 1 zur Pause. Vor den Augen von Zwickau-Coach Ronny Thielemann. In Durchgang 2 passierte lange nichts. Dann Hochspannung in der Schlussphase. Geyret in Minute 82 mit der Chance zum Ausgleich. Osnabrück, direkter Konkurrent von Dynamo Dresden, im Kampf um den Aufstieg, hätte alles klar machen können. Traore und Rohrich verpassten die Entscheidung. 84. Minute. Nur wenige Sekunden später noch mal Geyret. Die letzte Gelegenheit für Halle. Es blieb beim 0 zu 1. Der HFC verliert erstmals unter Sreto Ristic und hat weiterhin 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.